So, da mal ein Hallo und Herzlich Willkommen Freunde, ich bin es wieder der Jess, jetzt seht die Brille ist auf, ihr wisst, jetzt kommt wieder eines von diesen ganz besonderen Videos und wie wäre es denn, wenn ihr Diablo Immortal einen Tag vor dem Release spielt, also der offizielle Release von Immortal, ich fahre ich hier mal runter, da haben wir ja diese wunderschöne Weltkarte, ist ja der, also bei uns, ich spreche jetzt hier für Schweiz, Deutschland, Österreich und so weiter, ist ja an der 2.6.19 Uhr, aber wie wäre es denn, wenn man das Game schon am 1.6. spielt, also fast 24 Stunden früher, wäre das was für euch? Das ist nämlich das, was momentan die Gerüchte rumgehen und wo immer wieder nachgefragt wird, ist das möglich und ich sage mal so, ja, es ist theoretisch möglich. Fangen wir mal ganz von vorne an, also ich habe hier so ein Android Handy und hier so ein iOS Handy, das was gar nicht erst will, typisch iOS halt, hey, okay, egal. Also, die zwei und da ist es jetzt natürlich folgende Frage, also gleich mal vorweg, um da ein bisschen Luft rauszunehmen, es liegt an einem technischen Part und zwar wird Diablo Immortal natürlich nicht am 2.6.19 Uhr an die ganzen App Stores und so weiter geschickt und dann sagen sie, hey, Apple, mach mal das, mach mal unsere neue App, sondern das beginnt früher. Und basierend auf diesen Update-Zyklen ist es durchaus möglich, also angeblich ist es, sobald ihr das runterladen könnt, ist es auch möglich dort zu starten und direkt loszulegen und deswegen könnt ihr hier zum Beispiel, wenn ihr im Google Store Diablo Immortal eingibt, ja, das müsst ihr nämlich suchen, weil ihr kriegt dann zwar irgendwann mal eine Push-Benachrichtigung, ist alles viel zu langsam, ab dem 1.6. ist es eben, ich habe jetzt nicht die genaue Zeit im Kopf, aber da schaut ihr einfach mal rein, sucht mal Diablo Immortal, wird meistens schon gefunden werden und kann dann schon runtergeladen auf den Geräten installiert werden und dann sollt ihr rein theoretisch, das ist jetzt spekulativ, aber rein theoretisch kann man dann direkt loslegen. Bedeutet also für euch, für die, die es gar nicht erwarten können, der PC-Client wird sicher der letzte sein, also der geht dann erst um 19 Uhr am 2.6. direkt, aber für die, die schon ein bisschen früher loslegen wollen und eben hier die Smartphones rumliegen haben, ich weiß nicht, ob Google oder Apple schneller sein wird, je nachdem welche Zyklen die haben, da kann schon ein paar Stunden Differenz sein, aber wenn ihr direkt durchlegen wollt, empfehle ich euch einfach mal am 1.6. schon zu schauen, kann ich was runterladen und geht die Show schon los, weil dann seid ihr ein bisschen früher, aber bitte, jetzt kommt wieder mal was Wichtiges, also das müsste man eigentlich hier nochmal unterstreichen und hervorheben. Wenn ihr es nicht erwarten könnt und ihr eben schon früher loslegt auf einem Smartphone, vollkommen fein, vergesst aber nicht, dass ihr euch mit dem Battle.net verbindet, also ihr müsst euch am Smartphone mit dem Battle.net einloggen, weil ansonsten spielt ihr nämlich einen Tag oder den halben Tag früher, habt schon so Level 15 oder so, dann kommt der PC Client, dann werdet ihr natürlich wechseln, weil Bequemlichkeit first und dann funktioniert das nicht, beziehungsweise wenn ihr ein PC Client, ein anderes Battle.net habt, eine andere die habt, könnt ihr das nicht im Fortschritt mitnehmen. Das ist immer das, was Blizzard auch jetzt schon mehrfach angekündigt hat, was ich schon in den Videos erwähnt habe. Also, wenn ihr es nicht erwarten könnt, früher zuschlagen wollt, searcht die Stores, schaut nach, wo kommt es zuerst, runterladen, verbinden, ja, lockt euch mit dem richtigen Battle.net Account an, wenn ihr keinen Battle.net Account habt, wenn ihr jetzt das Video schaut, macht euch einen, ist ohnehin kostenlos und dann seid ihr am PC und am Handy alles mit dem gleichen verbunden und könnt dann direkt loslegen. So, ihr wurdet informiert, ich werde euch natürlich die Updates geben, ich schreibe mir das in den Kommentaren, wenn es dann wirklich früher verfügbar sein sollte oder wenn es von euch schon wer findet. Wie gesagt, immer wieder über die manuelle Suche, Diablo Immortal eingeben in jede Suchfenster, was ihr bei Apple und bei Google findet, weil bis das per Mail rauskommt, vergehen halt immer wieder ein paar Stunden, bis das verteilt wird. Also, ab 1.6. einfach mal ein bisschen suchen, wenn ihr wirklich am Smartphone starten möchtet, wenn ihr sagt, ist mir egal, ich fange ganz normal mit dem PC-Client an, um 19 Uhr ist das auch fein, aber wenn ihr unter dem Tag davor schon früher losstarten wollt, könnt ihr das so gerne machen. Wie gesagt, hier gibt es ein kleines Zeitfenster, ich gehe schon davon aus, dass die mobilen Version, ich denke mal so, meine persönliche Einschätzung ist, so zwischen zwölf und acht Stunden früher spielen werden können, also ab dem 2.6. morgens wird das wahrscheinlich schon möglich sein, verteilt sein und so weiter und die anderen dann eben gegen Abend dazukommen. So, meine Damen und Herren, ich bedanke mich wieder für die Aufmerksamkeit, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wann ihr das Video schaut und bis zum nächsten Mal. Ah ja, und vielleicht noch ganz kurz erwähnt, für die, die es gerne wissen wollen, twitch.tv slash jesseyrocks, könnt ihr jederzeit im Stream vorbeischauen, weil wenn das Immortal rauskommt, ziehen wir ohnehin durch. Und ich habe euch den Discord unten verlinkt, für die Leute, die vielleicht noch einen Clan suchen oder eine Gruppe suchen zum Starten, damit ihr nicht ganz alleine da seid, ist das auch unterhalb nochmal verlinkt. Jetzt aber, danke für die Aufmerksamkeit und ich wünsche euch viel Glück, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.